Herzlich Willkommen zur 10. Folge von State of Decay hier in der Bildergalerie. Ich heiße Michael. Heute, jetzt, ist der Plan, das Andenken von Lili zu holen. Ich hätte gerne jemanden dabei. Kommst du mit? Vielleicht später. Verschiebe die Mission ab. Spät, entscheide später. Wer bist du? Dich will ich nie dabei haben, aber irgendjemand muss mitkommen. Wir sind doch schließlich zu neunt hier. Was soll das? Ed pennt. Oh, dann soll Ed mal pennen. Kurz ein Schmerzmittel rein. Kann ich nicht vielleicht auf Ed umschalten? Ach. Ey, was ist denn hier los? Ellen. So. Andenken. Ich sollte das nicht alleine machen. Halt, du kommst mit. Nein. Mitkommen, mitkommen, mitkommen. Wer bist denn du? Enrique. Enrique. Sehr gut, Enrique. Da hab ich jetzt einen Spanischen mit. Kompagnon. Mitspieler. Comilites. Wie auch immer. So, kurz wird gefahren. Hoch und rechts. Nichts. Einfach hier der Straße folgen. Und dann hol ich dir deine Andenken, Lilly. Okay. Okay, die alte Dame von Patzenio-Dienst. Er ist ein Fan und alles. Oder, und das ist totales Spekulation hier. Es könnte sogar ein Known-Selon sein, der lebt einfach außerhalb der Stadt. Ja. Es ist vielleicht Zeit, dass ich ein bisschen mit ihm gesprochen habe. Sie wollen, dass ich ihn überrascht. Ich glaube, er hat das Tempere. Ich denke, dass er ein Sponsor-Akussion ist. Oh, die Berger mit den Wirkensens. Runde von meiner Brennkarte. Yeah! Ja? Ein Mod-Stunt. Geiler Scheiß. War nicht mehr dran gedacht, dass die Brücke doch irgendwie kaputt waren. Was ist denn hier? Falsch. Such nach der O. Richtig. Oh, okay. Yes. Okay, raus. Ja, und weg. Und weg. Typ. Okay. Ich hab' die Bullen. Ja, so ist das richtig. Gut. Oh, wo kommt denn ihr Jungs her? Wo ist denn mein Kumpel? Ist doch schon wieder abgehauen. Ich hab' die Brücke. Ich hab' die Brücke. Ich hab' die Brücke. Ah, der Verugnis, welcher ist denn entsprechend los? Ah, der Wind hat mich mit lang westlichooky swingsend. 택'den werden noch unterpasst. айтесь ja sicher mitem移ajiint. Ah, dieses Jahr geht es ja nicht erst über einiges Joey-Fahrzeug. Und aber gut. Schwe overthrow mir impaired Resmen. schwerfass Gerät, deine B cycles Jakub abbekommt. Boah fuuchte Scheiße, was ist denn hier schon wieder los? Wo ist das? Wie viele kommt denn hier noch und wo ist mein Kunde? Ist der schon wieder abgehauen? Scheiße. Ich brauche ein Auto. Leck mich am Arsch. Lauf! Genug genau. Ist der derselbe Scheiß? Verdammt! Verdammt! Lauf! Boah, hier ist viel zu viel los. Ich bin tot! Ich bin so tot! Ich brauche mal ganz dringend ein Auto. Und zwar nie so ins Scheiße und Scheiße und Scheiße. Extrem schlecht. Ich hätte das Auto nie zerstören sollen. Ich bin so tot und schenke meistert. Ich bin so tot. Ich bin so tot, dass ich heute ist. Ich bin so tot, dass ich tun so. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Lauf! Lauf! Flucht! Ah, nein, 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 lauf! Lauf, 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 lauf! Ich will hier nicht sterben! Ich muss mich verstecken! Let's turn snack! Bitte, lass es klappen! Nein, es klappt natürlich nicht! Oh, so ein Shit! Oh Gott! Gott, was mache ich hier für ein Mist! Oh! Oh! Überhaupt nicht gut! Das war mir viel zu eng und ich weiß nie, wo ich ein Auto herkriege! Vielleicht dort unten irgendwo? Ich brauche dringend eine Kamera! Ja, den kann ich noch nehmen! Aber ich sollte jetzt trotzdem... Dort hinten steht ein Auto! Da muss ich hin! Und das sollte ich jetzt nie verkacken! Mann, Mann, Mann! Das ist ja mal voll in die Hose gegangen! Kaputte Waffe! Äh... Gut! Ich mach fertig! Ich muss zu dem Auto kommen! Irgendwie jetzt, hä? Dann muss ich zurück zur Base! Ach ja, da ist ein Auto gekommen! Und da wäre beinah Markus drauf gegangen! Wäre extrem beschissen! Ich stelle mich aber auch an! Und warum ist der Typ nie dabei? Grauch in die Karre! Okay, jetzt nichts wie weg hier! Besser bewaffnen! Jaja, das mach ich dann schon nochmal irgendwann! Aber warum kommen denn die Typen nie mit? Diese elenden Scheißkerle! So, ein Dreck! Warum nehm ich die denn mit, wenn die dann sofort abhauen? Verstehe ich das nie? Also, was ist denn da mein Fehler? Ich dachte eigentlich, die sollen mir helfen! Ich kann doch hier nicht jeden Mist alleine machen! Dazu kann ich mir... Dazu nehm ich mir doch die Typen mit! Das ist ja ein Scheiß! Und ich muss jetzt mal mit irgendwem eine paar Suchmissionen machen! Irgendjemanden anders, der Markus, der muss sich unbedingt ausruhen! Verfluchte Scheiße, der hat nichts mehr! Äh, so ein Scheiß! So, Typ! Energie! Ah ne, du wisst's ja gar nicht! So, den geb' ich mal zurück! Brauch' ich nie wirklich! Dafür nehm' ich das! Ich brauch' Munition! Äh! So, und damit ist mein Einfluss nämlich so gut wie weg! Ich blödmann! Ach, das wollt' ich doch gar nie! Verletzt! Na top! Na super! Per! Kann ich denn auf jemanden anders wechseln? Das wär' auch immer ganz nett! Hier! Wisst' nie! Wisst' nie! Wisst' nie! Äh, warum? Entschlossen! Warum kann ich dich nie mitnehmen? Warum kann ich jetzt nie zu dir wechseln? Basis nicht geholt! Hm, toll! Warum kann ich nicht zu ihm wechseln? Nun ja! Das werden wir später rausfinden! Nach der Uhr kann ich jetzt nie suchen! Ich bin verletzt! Ich müsste meinen anderen Charakter so langsam aufbauen! Ed Jones! Enrique, danke, dass du mitgekommen bist! Du Vollfosten! Schön, dass du dich hier vollfrisst! Während ich dort hinten fast umgenietet werde, du Arschgeige! Mann! Neuer Freund! Wir sind jetzt Freunde! Hö! Das überlege ich mir nochmal, du Penner! So, Lebensmittel haben wir wenigstens rangeholt! Ich müsste mal auf einen anderen Charakter wechseln! Warum geht's denn nicht? Freund! Freund! Enrique! Hm! Das ist natürlich extrem blöd! Achso, jetzt hab ich natürlich nichts dabei! Werde ich jetzt doch nochmal einen kleinen Ausflug wagen? Ne, werde ich nicht! Ich werde jetzt hier einfach die Folge beenden! Die natürlich vollkommen in die Hose gegangen ist! Folge 10, ganz großartig! Ähm, bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen! Fail Play hoch 10! Und, ja, genau so wie alle hier... Good stuff, man! ...versuche ich euch mal aufzumuntern! Und ich hoffe, ihr schaltet zur 11. Folge wieder ein! Bis dahin! Tschüss! 원� Viewer1-B3-B3-B3-B4-B3-B4-B4-B4-B4-B5-b6-B5-B4-B4-B6-B4-B6-B6-B5-b6-B4-bot, E3-B6-B6-B4-B4-B6-B5-5-B5-B u mentre das ffff pieds2-b5-2-B4-B5-5-B4-B5-5-B5-1-B5-6-B5 & &B5-5-B4-8-B4-B5-6-B5-6-B0.